Wirtschaft ist ein eminent wichtiger Faktor innerhalb der Gesellschaft, der aber in unserer Form der Gesellschaft so dermaßen außer Fugen geraten ist, dass er unsere gesamte Gesellschaft bedroht. Und hier ist es, wenn wir als Gesellschaft, als Menschen untereinander, miteinander überleben wollen, Kriege verhindern wollen, müssen hier andere Ordnungsstrukturen greifen. Die Wirtschaft trägt uns und soll unsere Versorgung sichern. Das sind so die Grundbedürfnisse, Grundbedingungen der Wirtschaft und das muss geordnet sein. Im Moment ist es so, dass die Wirtschaft die Politik beherrscht und selbst die Regeln bestimmt und wir als Gesellschaft mehr oder weniger von diesen Regelungen ausgeschlossen sind. Das ist die Endstufe des Neoliberalismus, in dem wir angekommen sind und die schrecklichsten Auswirkungen können wir derzeit in den USA betrachten und diesen Zustand wollen wir hier möglichst nicht erleben. Als Partei Deutsche Mitte ist die Gesellschaft für uns wichtig, dass die in Frieden geordnet werden kann. Wir dürfen aber auch nicht die Wirtschaft bekämpfen. Das heißt, wir müssen von dem Zustand, der jetzt da ist, ausgehen und sachte in andere Fahrwasser kommen. Innerhalb der Deutschen Mitte haben wir radikale Ideen. Wir wollen aber auch keine Bedrohung für den Wirtschaftskreislauf sein, weil damit würden wir uns ja selber die Lebensgrundlagen zerstören. Deutschland ist das Land der Dichter und Denker und auch in Sachen Wirtschaft hat es hier sehr viele ganz brauchbare Ideen, Ansätze gegeben. In der alten Zeit das Modell von Rudolf Steiner, der Dreigliederung des sozialen Organismus, ein Silvio Gesell mit seinem alternativen Geldmodell, wo halt auch sehr viel Weiterentwicklung stattgefunden hat und aktuell Franz Hörmann mit seinem Geldmodell. Aber das sind alles Ideen, die nicht an den Unis diskutiert werden. Hier Raum geben und das nutzen, was da ist, um miteinander zu konstruktiven Ideen zu kommen, die uns alle tragen können und friedlich in eine gemeinsame Zukunft tragen zu können. Das ist wichtig. Nicht sich auf Fehler konzentrieren und sagen, der ist schuld, der ist schuld. Das ist es nicht. Das sind Parolen der linken Seite oder auf der rechten Seite. Wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und das setzen wir jetzt durch und setzen uns über Schranken hinweg. Das fördert nicht den Zusammenhalt der Gesellschaft. Wir sind eine Autonation. Wir werden derzeit international angegriffen. Die Automobilindustrie ist ein Kernfaktor unserer Wirtschaft gewesen. Die jetzt von innen her noch zusätzlich an die Wand zu fahren, das kann uns nicht nach vorne bringen. Wir müssen schauen, wie wir die Probleme, die da sind, gemeinsam anpacken und gemeinsam mit allen Ebenen, die dort wirken, zu Lösungen kommen. Das ist das, dem wir in der deutschen Mitte Raum geben wollen. Die Diskussion miteinander, um gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Das ist das, dem wir in der deutschen Mitte Raum geben wollen. Vielen Dank.